Probleme mit meinem privaten Schlüssel, falsch aufgeschrieben, nicht richtig gemerkt oder Zettel kaputt, was kann ich tun? Hey und willkommen bei der Krypto-Eule. Heute geht es um mein Problem, wo ich euch gerne helfen möchte, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und zwar, wenn ihr euren Seed ganz einfach irgendwo aufschreibt, 24, 12 oder was auch immer, wie viele Wörter, und diese dann ganz einfach hier abschreibt und irgendwann checkt ihr mal eure Wallet, indem ihr zum Beispiel diese Wallet wiederherstellen wollt und merkt, oh, das geht gar nicht. Was gibt es da für Probleme und was kann ich tun? Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, seine Kryptowährung zu verwahren. Egal, ob da in einer Meta-Mask-Wallet ist, wo ich dann einfach zwölf Wörter habe, dann aber auch schnell gehackt werden kann, weil wenn ich ein Programm runterlade oder ein Hacker auf meinen PC Zugriff hat, der bestätigt dann einfach Transaktionen, schiebt sich die Kryptowährung zu und dann sind sie weg. Oder halt sichere Mittel wie Hardware-Wallets, wo ich das Hardware-Wallet brauche, um eine Transaktion zu bestätigen, um dann zu sagen, nur damit kann man meine Kryptowährung bewegen. Und solange die Karten an meinem Mann sind oder der Ledger hier im Büro liegt, kann nur jemand auf meine Kryptowährung Zugriff haben, der diesen Pin kennt, um an dieses Gerät zu kommen und dann die Transaktion hiermit bestätigt. Aber auch da gibt es die Probleme. Ich habe mir eine neue Wallet erstellt und habe dann einfach diese 24 Wörter hier aufgeschrieben. Ihr kennt sicher diese Karten von den Hardware-Wallet-Herstellern. Egal ob hier von Ledger oder hier zum Beispiel von CQX. Die hier dann einfach sind die 24 Wörter, die man dann aufschreibt. Und dann habe ich das Problem, ich stelle meine Wallet wieder her und es funktioniert nicht. Dann gibt es die einfachste Möglichkeit, aber auch aufwendig, aber wenn hier zum Beispiel Probleme sind mit den 24 Wörtern, ist hier auf GitHub zu gehen. Und dann gibt es hier diese schöne Liste. Das sind alle Wörter, die es bei einer Wallet-Erstellung gibt. Kein Witz, alphabetisch sortiert. Das geht runter bis auf 2048 Wörter. Ja, und dann gibt man einfach rein zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwas zu drehen habe, wie zum Beispiel this. Habe ich wirklich this hier stehen? Oder könnte es vielleicht sogar ein they sein zum Beispiel? Vielleicht habe ich mich da verschrieben. Dann probiere ich das einfach mal aus, weil das sind ja die möglichen Wörter, die es gibt. Oder was gibt es noch, was ziemlich ähnlich klingt oder wo ich vielleicht einfach einen Buchstaben falsch geschrieben habe? Einer der häufigsten Fehler ist zum Beispiel M und N falsch aufgeschrieben oder E und A falsch aufgeschrieben, weil Wort gelesen mit E gelesen, mit A aufgeschrieben, Englisch und so weiter. Das sind so die häufigsten Fehler. Dann einfach seine Wörter alle hier abchecken. Wie gesagt, bei 12, aber auch bei 24 kann das schon mal ein bisschen was dauern, aber oft findet man hier schon einen Fehler und sagt, ah, siehste, einfach ein Buchstaben, Dreher, Fehler oder dieses Wort gab es gar nicht. Was gibt es denn für ein Wort, was so ähnlich klingt? Und schon hat man da ganz oft seine Wörter gefunden, die einem fehlen. Denk dran, bei Tangem kann man ja nun auch seine 24 Wörter hier eintragen. Egal, ob man hier einen neuen Seed generiert oder eine Wallet importiert. Wenn man hier auf Import Wallet geht, dann kann man hier ganz einfach seine 24 Wörter ja eintragen. Das heißt also, du kannst auch einfach mit einem Ledger, den du vielleicht bereits eingestellt hast, ganz einfach auch eine Tangem mit den gleichen Wörtern herstellen. Ja, und wenn du dann das Problem hast, dass du dann immer noch Probleme hast mit deinen 24 Wörtern, hast aber hier vielleicht schon ein Hardware Wallet eingestellt, dann ist natürlich die zweite Möglichkeit, einfach seine Kryptowährung von dem Ledger oder dem Tangem oder einem anderen Hardware Wallet einfach komplett zu versenden und sich dann eine neue Wallet zu erstellen und dann ganz einfach mit der neuen Wallet zu arbeiten, aber dann natürlich sicher gehen, dass ihr diese 24 Wörter auch sicher und richtig aufgeschrieben habt. Deswegen immer mal wieder checken. Bei Ledger zum Beispiel gibt es hier eine Möglichkeit, das blende ich hier oben ein, das nennt sich Ledger Recovery Check. Das ist auf der Ledger App, kann man sich das einfach runterladen und dann gibt man in seinem Ledger ganz einfach diese 24 Wörter nochmal ein. Der fragt dann ab, dann tippt man die hier ein, ist zwar ein bisschen aufwendig, aber hier könnt ihr sicher gehen, ja, das waren die 24 Wörter zu dieser Wallet, weil diese Wallet, die ihr hier dann im Ledger gespeichert habt, könnt ihr mit diesem Recovery Check ganz einfach überprüfen, waren es die 24 Wörter für die Ledger Wallet oder waren es doch für andere, weil oft sind ja die Probleme, dass man manchmal gar nicht weiß, zu wem gehörte jetzt dieser Zettel und diese Wallet, ich weiß es schon gar nicht mehr. Deswegen geht sicher und verantwortungsvoll mit euren Wörtern auf. Und dann gibt es noch die schlimmste Möglichkeit, die euch passieren kann, ich habe die Wörter komplett falsch aufgeschrieben oder das Schlimmste ist, nicht sicher aufgeschrieben. Das heißt also, der Zettel, dann hat irgendjemand gesagt, oh, da stehen nur 24 Wörter drauf, keine Ahnung, kann wahrscheinlich in Müll beim Aufräumen im Zimmer, egal ob es die Frau, der Mann, Vater, Mutter oder wer auch immer war, der dann vielleicht beim Aufräumen diese Zettel weggeworfen hat. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Zettel aufzubewahren und sicher zu lagern. Also das hier ist zwar schon eine gute Möglichkeit, ist vielleicht ein bisschen reißfester, also geht aber auch kaputt, das seht ihr hier. Wichtiger und sinnvoller wäre vielleicht hier auf Metall das Ganze zu stanzen, ist vielleicht nicht immer einfach, auch dafür haben wir ein cooles Empfehlungsvideo, wir haben einige Sachen getestet, schau mal hier. Und egal, ob du es hier auf Metall hast, hier sehr sicher, oder hier auf Aluminium, was vielleicht sich zwar ein bisschen biegt, aber man kann es nicht so einfach brechen, und auch feuerfest, also da geht nicht so einfach kaputt, dann seid ihr sicher unterwegs. Und generell, wie ich ja auch gerade schon sagte, egal ob ihr eure 24 Wörter, oder auch 12, oder 25, oder 15, oder 18, egal wie viele Wörter ihr habt, wichtig ist, dass ihr mit einem Hardware-Wallet unterwegs seid. Also sucht euch Hardware-Wallets, egal ob dein Ledger ist, wie man ein Ledger einrichtet, findest du hier oben, oder ob ihr auf die einfache Variante Tangem geht, die wirklich immer mehr listet, und dann eure Hardware-Wallet in eurer Hosentaschen habt, zwei Karten noch als Backup, zusätzlich zu dieser, also bis zu drei Karten, und dann hier ganz einfach mit Tangem unterwegs seid. Könnt ihr natürlich auch zwei nehmen, ist günstiger, aber drei ist natürlich sicherer. Mit dem Code Crypto-Eule gibt es 10% Rabatt, schaut hier gerne drauf, und ihr könnt auch hier eine Liste nutzen, was ihr hier alles für Kryptowährung zur Verfügung habt, und auch auf welchen Blockchains. Also, sie listen immer weiter. Denkt auch dran, es gibt Design-Karten, zum Beispiel Kasper, gibt es hier immer noch, kann man immer noch nutzen, und mit einem Link im angepinnten Kommentar gibt es hier auch 10% Rabatt. Wie man Tangem einrichtet, das habe ich in einem Video hier oben erklärt. Also, ganz wichtige und interessante Sachen, wie man hier seine Seed-Wörter sichert, und vor allem, dass man mit seinen Seed-Wörtern, also mit seinem privaten Schlüssel, hier mit seinem privaten Schlüssel auch verantwortungsbewusst umgeht. Also, nicht einfach nur aufschreiben, und dann geht der Zettel irgendwie kaputt, oder er wird verloren gegangen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Lieber sicher unterwegs sein, mit zum Beispiel hier Aluminiumplatten von CQX, die kosten wirklich nichts. Gibt es auch bei Amazon ganz günstige Varianten, die aber ganz oft Metall sind, wo man wirklich einstanzen muss. Hier kann man drauf ritzen, mit einem Stift. Schaut gerne bei CQX. Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da gibt es sogar auch nochmal Rabatt bei CQX Global. Also, geht sicher mit euren Passwörtern um, und ich sage euch, weil ich spreche hier aus Erfahrung, ich habe wirklich das Ding gehabt, dass ich hier bei 24 Wörtern meine Wörter hier abchecken musste, und ich kann euch sagen, es war ein N statt einem M. Das ist einer der häufigsten Fehler, die ich auch schon ganz oft gehört habe, und am Ende, ich habe diesen selber gemacht. Das passiert leider, aber im Endeffekt gibt es diese Liste, mit der ihr wirklich diese einfachsten Fehler, dass man etwas falsch aufgeschrieben hat, einfach abchecken können. Einen Link zu dieser Liste findet ihr in der Videobeschreibung, ganz einfach, ganz simpel. Bei weiteren Fragen zum Thema Seed-Wiederherstellung, oder habt ihr da vielleicht Probleme, könnt ihr gerne in unsere kostenlose Telegram-Gruppe kommen, oder ihr könnt natürlich die Kommentarfunktion unter diesem Video nutzen. Falls dir das Video jetzt geholfen hat, gebt dem Video gerne ein Like, abonnier den Kanal für weitere Tipps, und ich sage, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.